Wie lange dauert es, bis die Wirkung von Zerstörung von russischen Munitionsdepots an der Front ankommt, wenn es überhaupt spürbar ist? Ist eine Zerstörung eine sofortige Entlastung für die Ukrainer? Die Wirkung ist erheblich abgeschlafft, seitdem die Heimas aufgekommen ist. Denn wir haben oft darüber gesprochen, dass die Russen eine Eisenbahnlogistik auf dieser Sicht aufbauen. Traditionell, doktrinär, haben sie so viel wie möglich, so nah wie möglich an die Front per Eisenbahn geschafft. 20, 30 Kilometer hinter der Front und von dort fahren sie es dann per LKW an die Front, um so ihr Artilleriebombardement aufrechterhalten zu können. Das ist sehr nach hinten losgegangen, als die Ukrainer auf einmal weitreichendere Artillerie hatten, die präzise genug war und Heimas hatten. Da ist die um drei Wochen lang, glaube ich, ist jede Woche die Artillerieintensität der Russen hat sich halbiert. Also die ging von 50 Prozent dann auf 25 und ich glaube dann sogar so auf 15 Prozent des vormaligen Zurücks. Das hat immense, sofort spürbare Auswirkungen gehabt und dürfte wesentlich dafür verantwortlich sein, warum die russische Donbass-Offensive im Sommer 2022 gescheitert ist. Die Russen haben aber dazugelernt. Jetzt dislozieren sie. Und wir haben schon mal darüber gesprochen hier, die Russen, es ist ja ein Unterschied, ob ich 50.000 Granaten an einem Ort lagere oder 5.000. Ich muss immer noch eine gewisse Konzentration aufrechterhalten, damit es sich rentiert, die zu bewachen, Personal zu haben, zum Aufladen, damit der LKW vollgeladen werden kann, etc. Aber was die Russen inzwischen halt machen, ist ihre Depots viel mehr zu dislozieren, sich aufzuteilen, sie zu verstreuen. Und damit ist jedes Depot, was zerstört wird, viel weniger entscheidend, als es das noch vor einem Jahr war. Spüren die das an der Front? Und wahrscheinlich ist es ein Stück weit spürbar, aber ist es dramatische Auswirkungen, hat es die sofort eher nicht. Weil eben jetzt viele, viele kleine Depots gibt, statt wenige große. Deswegen ist es trotzdem sinnvoll und deswegen wird es auf Dauer auch Wirkung entfalten. Aber eben, es dauert. Ich meine, es erklärt sich von selber. Wenn ich statt einem Depot auf einmal 25 zerstören muss, dann muss ich halt 25 verschiedene Depots identifizieren, angreifen und erfolgreich zerstören. Und das verlangt einen eigenen Aufwand, der eben 25 mal so hoch ist, wie der davor. Zumal ein kleineres Depot ja auch viel leichter zu tarnen ist. Ein Depot, an dem an jedem Tag 500 LKW ankommen, lässt sich nicht verheimlichen. Aber wenn ich in irgendeiner Turnhalle was lagere und da fahren am Tag nur 15 LKW rein, dann habe ich eine gute Chance, dass es nicht ganz so aufhält. Das spielt also damit eine Rolle. Ich hoffe, das Video war interessant für Sie. In diesem Fall möchte ich Sie herzlich dazu einladen, nicht nur diesen Kanal hier zu abonnieren, sondern auch meine anderen Präsenzen. Im Besonderen natürlich den Hauptkanal Militär und Geschichte mit Horsten Heinrich. Die Links dazu finden Sie in der Beschreibung. Bis bald und auf Wiedersehen.